Herzlich Willkommen zum dritten und letzten Teil unserer kurzen Geschichte Westfalens im Mittelalter. Hochmittelalter, von etwa Mitte des 11. bis Mitte des 13. Jahrhunderts. In diese Zeit fällt das Drama um den Grafen von Kappenberg, von dem ich im vorherigen Beitrag berichtet habe. Da ging es um das Klosterleben in Westfalen. Kurzer Recap. Gottfried, Graf von Kappenberg, war mit seinen Rittern an einem Angriff auf Münster beteiligt gewesen, bei dem der Münsteraner Dom in Brand geraten war. Aus Reue für das Abfackeln eines Hauses Gottes entschied Graf Gottfried sein ganzes Hab und Gut, darunter auch seine Burg Kappenberg, der Kirche zu überlassen und selbst Mönch zu werden. Dasselbe Schicksal sollten sein Bruder Otto und seine Frau Jutta teilen. Auch über Frauenklöster hatten wir ja bereits gesprochen. Jutta gefiel die Aussicht auf ein Leben als Nonne zwar gar nicht, aber Frauen hatten im Mittelalter bekanntlich wenig mitzureden. Problematischer für Gottfried war da schon eher sein Schwiegervater Friedrich der Streitbare. In Kürze gibt's auf diesem Kanal einen Animationsfilm zu sehen, Kappenberg 1122, der die ganze Geschichte erzählt und auch zeigt, wie Friedrich auf seiner Burg in Wut ausbricht, darüber, dass Gottfried wiederum seine Burg – und damit den Wohnsitz von Friedrichs Tochter Jutta – in ein Kloster umwandeln will. Nur soviel sei verraten, der Streitbare wird seinem Beinamen gerecht. Hier und jetzt soll's, nachdem wir uns zuletzt mit mittelalterlichen Klöstern in der Region befasst haben, mal um das architektonische Aushängeschild des Mittelalters gehen – die Burgen in Westfalen. Die Region Westfalen ist tatsächlich, wenn auch weniger dafür bekannt, ein regelrechtes Burgenland. Zumindest mal gewesen, mit Hunderten von Herrensitzen zwischen Ruhr und Weser. Bei einer Burg mögen wir zunächst an ein prächtiges Bauwerk denken, mit hohen Mauern und Türmen in spektakulärer Lage, wie Burg Hohenzollern oder Schloss Neuschwanstein. Im Angesicht solcher Prachtbauten hat Westfalen auf den ersten Blick wenig zu bieten. Doch auf den zweiten Blick finden wir hierzulande mehr Burgen als gemeinhin angenommen, auch wenn es etwas Fantasie bedarf, in Ruinen wie etwa denen der Burg Desenberg in der Warburger Börde den Großbau zu sehen, der dort einmal gestanden hat. Höhenburgen wie diese oder auch die Burg Altena oder die Isenburg bei Hattingen sind es, die bei dem Begriff Burg in den Sinn kommen mögen. Doch dieses naheliegende Bild hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Mittelalterliche Burgen gab es in etlichen Erscheinungsformen, und sie hatten weit mehr Funktionen als nur die der Verteidigung gegen Angriffe. Grundsätzlich könnte man die Burg als mehr oder weniger befestigten Wohnsitz einer Adelsfamilie ansehen. Eine wirkliche militärische Bewährung musste eine Burg selten, manchmal auch gar nicht bestehen. Sie war vielmehr multifunktional, war Verwaltungssitz, Repräsentationsbau, Machtsymbol, Befestigung, Wohnung und oft genug landwirtschaftlicher Betrieb. Wie immer galt die altbekannte Logik, je angesehener und wohlhabender der Adelige her, desto größer und pompöser seine Burg. Und als vergleichsweise bescheidenes Pendant zu den von heutigen Multimilliardären gebauten Weltraumraketen gab's früher den Bergfried, als entfernt fallisch anmutendes Statussymbol. Der Bergfried war der höchste Turm einer Burg. Nun, wer durfte sich so eine Burg denn überhaupt bauen? Dazu gab es natürlich Regeln und Rechte, wie anderswo auch, etwa in England. Im Heiligen Römischen Reich allerdings gelang es nicht so recht, das Burgenbaurecht wirklich durchzusetzen. Nicht nur in Westfalen machten die Herzöge, Markgrafen und Grafen zuweilen, was sie wollten, wenn es um die Befestigung und Verteidigung ihrer Besitztümer ging, aller Ermahnung zum Trotz. So vermerkt ein mittelalterliches Rechtsbuch, der Sachsenspiegel, man darf auch keine Burg bauen, noch eine Stadt mit Planken oder Mauern befestigen, noch Berg oder Inseln umbauen, noch Türme innerhalb eines Dorfes errichten, ohne die Erlaubnis vom Richter des Landes, d. h. vom Grafen als königlichen Beamten. Strenge Worte, wenig Wirkung. An diesen Vorgaben lässt sich jedenfalls ablesen, dass trotz ihrer Funktionen als Wohnstätte und Wirtschaftsbetrieb der Wehrcharakter einer Burg stets eine entscheidende Rolle spielte. Kein Wunder, denn wenn es hart auf hart kam, dann waren es nicht selten die Burgen, die zu Kampfschauplätzen wurden. Jene Burg Desenberg etwa wurde im 11. Jahrhundert von königlichen Truppen gestürmt, als es darum ging, einen Aufstand niederzuschlagen. Die Schwanenburg in Älte, heute ein Stadtteil Rheines im Münsterland, wurde wiederum im Hochmittelalter erst errichtet und nach vermutlich nur knapp 100 Jahren wieder komplett zerstört, im Zuge einer Fede zwischen Bischof Ludwig von Münster und dem Grafen von der Mark. Die Zerstörung der Schwanenburg ging so weit, dass lange gar nicht mehr bekannt war, wo sie eigentlich genau gelegen hat. Erst Anfang dieses Jahres konnte der LWL, also der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, den Standort der Burg zweifelsfrei lokalisieren, vermittels geomagnetischer Messungen. Schon vorher gab es Vermutungen und auch Hinweise. So wurden vor rund 25 Jahren einige Holzpfosten aus einem Teich nahe des vermuteten Burgstandorts geborgen. Diese Pfosten ließen sich anhand der Jahresringe in etwa auf das Jahr 1300 datieren. Mit den neuen Messungen lässt sich nun endlich mehr über die Burg sagen, nicht nur über deren Lage. Anhand der Magnetikdaten lässt sich der Durchmesser der Anlage inklusive der Gräben auf etwa 100 Meter schätzen. Die Innenfläche hat einen Durchmesser von 60 Metern. Damit gehörte die Schwanenburg wohl zu den größeren Niederungsburgen des Münsterlandes. Scheinbar bis heute erhalten geblieben in all ihrer Pracht ist die Burg Altena, gelegen auf dem Bergsporn des Klusemberges im sauerländischen Altena. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um einen Wiederaufbau aus dem frühen 20. Jahrhundert, sodass ein großer Teil der heute zu besichtigenden Bauteile und Räume nur 100 Jahre alt sind, wobei durchaus auch Bauteile aus der Nutzungszeit in den Wiederaufbau integriert wurden. Eine Anlage, die ganz in ihrem mittelalterlichen Aussehen erhalten geblieben ist, die gibt es in Westfalen nicht. Die Burg Altena wurde übrigens nicht nur aufgrund der schönen Aussicht dort hoch oben auf dem Bergsporn errichtet, sondern auch wegen der Nähe zu einem Wirtschaftsstandort. Seit Mitte des 11. Jahrhunderts war das Sauerland eines der wichtigsten Zentren der Eisenproduktion in Rennöfen in Deutschland. Da weit ab bedeutender Handelswege gelegen, bestand die Aufgabe der Burg wahrscheinlich darin, die Produktionsstätten zu kontrollieren und zu beschützen. Auch wenn die mittelalterlichen Burgen Westfalens nicht mehr für ihre damaligen Zwecke gebraucht werden, so bieten sie inzwischen nicht nur die Möglichkeit zur Erforschung ihrer Geschichte, sondern auch zur Besichtigung in der Gegenwart, hier und heute. Zur Besichtigung von Burgen sehr hilfreich ist der Führer Burgen auf Ruhr vom Klartext Verlag, erschienen 2010. Der weist den Weg zu über 100 Burgen, Schlössern und Herrensitzen in der Ruhrregion und gibt dazu noch etliche wissenswerte Informationen zur Hand. Der Band ist online erhältlich und unten verlinkt. Ebenfalls erstöbernswert sind die Bände über frühe Burgen in Westfalen, bereitgestellt von der Altertumskommission für Westfalen. Darin werden einzelne Burgen in ihrem Aufbau und ihrer Geschichte genauer vorgestellt. Über 40 dieser Bände sind online frei verfügbar und lassen sich einfach als PDF einsehen. Ein Link dazu gibt's ebenfalls unter dem Video. Das Hochmittelalter endet schließlich im 13. Jahrhundert. Um 1250 rum gilt es spätestens als vorbei. In Italien hat da bereits die Renaissance begonnen, Westfalen driftet jedoch erst mal ins Spätmittelalter ab. Mehr dazu und warum das 13. Jahrhundert als Jahrhundert der Städte gilt, erkunden wir in einer eigenen Staffel. Westfalen im Umbruch, die dann das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit abdeckt. Wenn dir diese Beiträge gefallen haben, dann erstmal liken, teilen, kommentieren. Wenn noch nicht geschehen, Kanal abonnieren, Feedback und Fragen wie immer gerne in die Kommentare. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Wir adaptationsmitよね psang-stügeht Im我们 im. Wirlichenfreundlich. Wiretime-øgnen. Wir snappen es insufお願いします. Wir kostenlos nur. Wir hinten haben die Leute zum Erinner. Wenn nein, wir sind ihre Einheit. Wir machen was das, was... Vielen Dank.